Ich will mir das angucken, ich will wissen, ob das alles stimmt, was ihr erzählt. Wie, was wir erzählen? Für die 23 Kills? Ja, hast du die alleine gemacht oder war das zu zweit? Achso, ne, mein Vater hat auch sechs gemacht. Okay, ah ja, okay, okay. Ich dachte schon 23 Kills, ganz ehrlich, das habe ich noch nie geschafft. Noch nie. Nee? Mein Maximum war 27. Ne, ich glaube das Maximum, was ich mal hatte, waren irgendwie, keine Ahnung, 17 oder was. Boah, das dürfte ich. Entschuldigung. Ich folge, ich folge, ich folge Nummer zwei einfach. Ich folge Nummer zwei einfach. So, jetzt. So, ach ja. Ja, und war der heute schon gut? Ne. Also, ja. Vierter? Vierter? Echt? Ja, irgendwie so. Okay, okay. Ich habe einen Ohrwurm, ne? Sing's nicht. Nein, das ist kein Lied. Das ist, ist das eine Ballade? Das ist ein Gedicht. Hierher von Riebik auf Riebik im Hafenland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Ich merke schon, da wurde viel auf den Deutsch-LK gelernt gerade. Ey, ich habe heute Deutsch geschrieben, viereinhalb Stunden, 19 Seiten und ich bin nicht, also ich bin fast nicht fertig geworden. Ich musste abkürzen, meine Gedanken. Du musstest die Gedanken abkürzen? Ja. Oh Gott. Ja, okay, aber wie ist es gelaufen, ist gut gelaufen, oder? Weiß ich nicht, also meine Gedanken haben Hopsterlauf gemacht. Heißt bestimmt, dass es gut gelaufen ist. Jetzt ist die Frage, was der Lehrer sagt. Die zwei Dudes sind wahrscheinlich keine Bots, oder? Ähm, weiß ich nicht. Okay, egal. Wir müssen uns um sie kümmern, so oder so. Wo sind die hin? Warst du das? Ja, ich bin durchs Fenster. Hatten wir mal gesehen, wo die gelandet sind? So ganz grob? Ganz grob da, wo ich markiert habe. Ich sehe ganz grob deinen Macker nicht. Das ist ganz grob nicht, oder? Halleluja, es geht ab. Ich habe einmal geschossen. Nichts geht ab. Kyrill hat gerade irgendwie voll alle weggemetzelt. Wer ist Kyrill? Der Typ aus dem Deathfeed. Ich habe... Okay. Die... Okay. Okay. Egal. Hier war ich schon. Ich gehe runter. Ja, mein Schrägvizier ist da. Oh, ich habe Heilung. Ich brauche eine Waffe. Das reicht an Munition. Jetzt können wir andere Spielsachen suchen. Spielt eigentlich einer von euch SMGs? Äh, Beispiel? Oder, ähm... Selten mal. Ganz selten. Also, man schnappt sie sich halt manchmal, wenn du weißt, da sind 50 andere gelandet. Und du brauchst schnell eine Waffe, dann nimmst du halt ja das Beste. Das kann auch mal sowas werden. Ja. Wobei Baisen schon cooler ist. Baisen macht ein bisschen Spaß, ja. Hm. Ich habe noch ein Schrägvizier, falls du noch eins willst. Ja, das reicht. Okay. Dann war ich es weg. Da habe ich mal versucht, an dich zu denken. Und dann nimmst du es einfach ab. Wir zwei, hey. So. Ja, aber man kann nicht glauben, dass wir verwandt sind. Also, können schon. Aber es bringt halt nichts. Ich habe gerade versucht, das erweiterte Magazin in mein OBS zu ziehen. Ja, ganz schön. Ins OBS, was meinst du? Ich habe auf meinem anderen... Ach so, das ist ein Broadcasting. Ja, okay, alles klar. Ja, das, okay. Das, das, dann musst du, dann musst du ganz doll klicken, damit das funktionieren. Mit viel Druck auf der Mausflust. Ja, weil ich irgendwie bin einfach gerade so rübergeglidet. Ge-ge-ge-ge-geglitten. Ge-ge-ge-geglitten. Ge-ge-ge-ge-geglitten. Ge-ge-ge-ge-ge-ge-glitten. Das, das, du musst du ausmachen hier. Du musst dich auf einen Bildschirm konzentrieren. Oder ich nehme das sicherheitshalber... Was, multitaskingfähig? Ich nehme das sicherheitshalber mal ein paar mehr Smokegranaten mit, glaube ich. Aber auch schon sechs. Sechs Stück. Ja. No klar. Ich habe nur eine. Ich werde jetzt auch welche weg. Ich nehme, ich erzähle jetzt habe ich zwei. Weil du mir gerade ein schlechtes Gewissen gemacht hast. Okay. Also Leute, ich weiß ja nicht, was ihr so mit Scopes habt, ne? Aber, äh, wenn einer von euch ein Achter möchte, dann muss er sich mit mir treffen. Und wenn der andere ein Achter möchte, muss er mitkommen, weil ich habe zwei zum Abgeben. Hier ist noch ein drittes Achter. Möchte jemand noch ein drittes Achter haben? Ja, ich will auf jeden Fall eins der vielen, vielen Achter, von denen du geredet hast. Ich habe vier Achter insgesamt gefunden bisher. In zwei Häusern. Was ist das denn? Die haben bestimmt eine Versammlung abgehalten. Ist doch, steh. Aber du bist hier in der Nähe. Das heißt, hier kann ich das hier einfach hinlegen. Ja, ich komme, ich komme, genau. Dann kann ich ein Schmerzmittel mitnehmen und fadda. Ich suche jetzt. Das kann ich da hinten. Ganz da hinten. So weit weg. Was ist eigentlich mit den Duts hier geworden, die hier gelandet sind? Die haben Angst bekommen vor uns. Bestimmt. Das heißt, ja. Also ich habe den eigentlich getroffen, dachte ich. Ja, natürlich. Wir sind furchteinflößend. So ist das. Also ein leichter Griff wäre jetzt doch Knorkel und Kompensatoren. Ich bin ja noch am gucken, aber bisher sieht es aus wie nö. Ich habe auch nix. So. So. Boah, hier ist so eine... Ich habe hier so ein Nachtfalter, der fliegt mir in Sackball. Ich habe bald noch mal. Fass, 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 fass. Fass, fass, fass. Also hier ist ein Magazin. Irgendwann wollte er doch eins. Ja. ich habe mir so viele liegt auf das achter vor die tür jetzt kann man los war oben hat sie gesagt ich habe vergessen was ich markiert habe ja ansonsten kasten magazin hier bei mir unten drin was ist ein kasten magazin das was auch zu den kasten halt alles klar okay ja ich weiß nicht lassen nicht blau fahren jetzt nicht so persönlich werden ich vorab ich war einfach voll gut unseren begleiter das letzte mal aus dem loch rausgeboxt sonst hätte ich nach vorne dann haben wir einen vorn und einen hinten weil wenn ich mich jetzt wurde ich dafür dann schießt sie mir den kopf ach komm jetzt kann ich mich da nicht setzen ich nehme schon mal ein paar kopfschmerztabletten macht das sehr froh dass mein verleidiger gesetz da stimmt man öfters mal das also das ist mir auch schon passiert wenn einer so eine vektor so ein magazin vektor ähnlich wie ich rein aber das lassen wir auch fahren und dann sagt man bei dem auch das ist gut weit weg deswegen will ich ja selber fahren nicht beim baggie ja zweimal sogar vielen schrank und wir 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 uns nicht vertraut merkt es wir meinen wir meinen wir meinen dich also ich das wusste ich nicht wenn er sagt dass da habe ich mich jetzt nicht angesprochen gefühlt du vertraust uns nicht völlig zu recht das ist also meinem karten auch noch sagen was er als was er sich zu fühlen hat ich muss jetzt gleich auch mal ein paar leute das ist ganz schlecht das ist ganz schlecht ja ich stehe in der roten zone das schlecht das ist ganz schlecht so ist nämlich erst mal ein piep rucksack wo seid ihr eigentlich okay ich nicht was machst du denn schon wieder so werde ich nicht mitbekommen dass ich angeheuert fahren wir weiter oder ja fährst du mit dem ding ich habe jemanden alles klar ok jeder stirbt für sich allein genau so muss das sein ach alter ich bin ein idiot das ist mühderlicherseits ja das okay ich bin gerade aus dem fahnen Auto gesprungen ja das mache ich wirklich nicht oh die Sonne da hinten ist ein flieber tüt was mich ein bisschen verwundet ist dass wir bisher noch niemanden über den weg gelaufen sind great kommen direkt vor mir runter soll ich da hingehen oder ist es dumm das weiß man lernen durch schmerz das weiß man erst danach naja ihr könnt ihr könnt ja man ich glaube ich höre ein auto ich guck mich hin also ich sehe dich aber ich sehe auch hinter dem berg wo ist das ding kommt direkt über mir runter ich es gibt zwei möglichkeiten jetzt entweder sterbe oder ich oder ich oder ich überlebt ich hab's überlebt und herzschotten ich hab noch ein acht fach jetzt versehentlich eingesammelt und ein externe extended quick braucht jemand sowas ich habe selbst zwei achter verteilt eine auf der um die wörtlichen vor ich habe einfach alles ich habe meinen ganzen cool mein ganzes coole zeug hier hingelegt ja ich brauche leichten griff wörtliche vorgrip achtfach und und noch was cooles habe schon wieder vergessen foto aus verwackelt müssen wir noch mal machen warum stöhnst du eigentlich immer zwischen weil ich weil ich erleichtert und glücklich bin ich bin erleichtert und glücklich deine frau nicht da genau genau ich muss ich muss vorsichtig sein da lag da lag doch tatsächlich noch ins schalier also wenn ihr noch irgendwie eine flash blendgranate findet ich habe meine grad auf wie spricht man sich aus auf red check kann man kannst du mich aussprechen aber du kannst auch dünel die ich bin jetzt die bilder dünel die so da war kein freudiges stöhnen oder dort das war ich habe nur freudige stöhne ich habe gar keine unfreudigen das habe ich eigentlich nicht geplant also wenn du wenn wenn ich kinder kriegt dann kannst du mich mal unfreundlich stöhnen hört ja eigentlich will ich dich gar nicht stöhnen hören das ist ja das steht steht leider ist keine ist keine der optionen verstehst es gibt nur unglücklich und glücklich und nicht mal nicht mal nicht mal unglücklich das ist ja schön aber ich muss da jetzt nicht unbedingt bei wohnen komm lass uns mal lass uns mal richtung richtung geballer nur ich wollte das auto nehmen die da will sich ins verderben stürzen das ist teil der spielmechanik und meine lehrerin meinte ich wäre pessimistisch aber ich sehe das nämlich genauso weil ich meinte wenn es nicht funktioniert bringe ich mich halt einfach um das ist immer noch eine option ja das sind lehrer sind nicht ausgebildet um sowas lustig zu finden sie haben den humor teilen ihre ausbildung allgemein nicht genossen ja gut aber die haben es halt durch noch gerade sie haben ja wir haben schon mehrfach für schüler und erlebt durch in der schule ach so ja das stimmt jedes jahr ist wie so schulritual hochkunden leute wir haben wirklich jeder aus meiner schule der sich umgebracht ist gegen exakt den selben baum gefahren dass er noch steht ist ein wunder gut direkt vor mir hier in diesem kaputt motorcycle dude kommt auch noch oh mein gott das wird hässlich ja das hat sich ja den ersten habe ich den zweiten habe ich auch ist der typ immer noch in dem komischen kaputt da drin keine ahnung da hinten rennt die nur um dino ja das ist ein echter ich will ich habe sie viel gefunden soll mein dienen das in die in die hütte packen ist er noch in der hütte keine ahnung ich sehe ich sehe ich sehe es hinter einem von diesen bäumen hier gerade ich renne ich sprinte auf ihn zu er muss ziemlich genau vor mir sein aber ich muss erst mal eine adrenalin zu sein ja also das ist ja famos alter der otto wieso hast du mit dem weg geknallt ich habe weil ich noch kein kill habe ich doch auch nicht das ist ein problem hört auf euch in die wolle zu kriegen hier nimmt man lieber einen ordentlichen schluck farmers die farmers ist ziemlich geil muss ich sagen ich glaube sie werde ich habe jetzt immer dann hab spaß mit der aber nicht mit rein die ist ein träumchen das ding ja das die sp90 material jetzt werden die waffen schon kategorisiert flugzeug hatte irgendwas für uns liegen lassen ich habe so keine lust aufs haus zu zu laufen aber wir müssen jetzt aufs haus zu laufen kommt kommen wir laufen aufs haus zu was soll schon passieren harry potter castle hast du noch zwei da mit ein bisschen glücks in den sports was würde ich für eine drohne geben echt was würde ich für eine drohne geben zwei verband päckchen wir sind mitten in der zone die können von allen seiten kommen na hallo ich war es diesmal nicht das war diesmal beides er ich muss abmoderieren die farm ist genial ich muss abmoderieren Es war mir eine Freude Meine Teammates sind sauer auf mich Weil ich Gefahrmast habe Schaut gerne beim nächsten Mal wieder zu Ciao, ciao